Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Ja, ich würde sagen, starten wir mal direkt in das Spiel. Aber ich möchte... Ey. Stopp. Äh. Toll. Abbrechen. Ich will heute Chaos spielen. 4 vs. 4. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Suchen wir mal. Mal gucken, ob wir was finden. Jetzt sind über 5000 Spieler in der Playlist. Je länger du wartest, desto mehr Matches werden für dich durchsucht. La 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 la. Aha. Da haben wir doch was. Und ist das ein Lausspiel oder ein neues? Es sieht mir nach einem neuen Maus. Cool. Let's do it. Oh, Hilfe. Aber jetzt bin ich eigentlich blau. Okay. Oh, schade. Ah, eben. So, fahren wir mal ein Stück zurück. Oha. Und da ist er drin. Ja, ja. Passiert. Weg damit. Weg damit. Ich halte mich mal ein bisschen hinten auf. Aua. Oh, nice. Der ist drin. Ah, Mist. Das war in der falschen Richtung. Ah. Ups. I'm sorry. Oha. 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 Dieses Geblubbere. Ich bin gerade relativ nutzlos, habe ich so das Gefühl. Da fahren wir mal wieder nach hinten. Wieder in die Richtung, bitte. Gehst du wohl weg. Pff. Danke. Okay. Ah, daneben. Mist. Ah. 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 Au Toll Da hatte ich eine schöne Schussposition Und dann werde ich erstmal vom eigenen Teammate weggehauen Tschüss, der ist drin Oh nice, der geht richtig schön aufs gegnerische Tor auch noch Haha, sogar drin Oh mein Gott Cool Ah, schade Da ich mich nicht getraut zu springen Au Haben wir das jetzt? So, erstmal da rüber Ein Stück Oh Ah, den Metalfeldpass habe ich in interessanter Weise noch bekommen Ah Too slow Blub, 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 blub Oh mein Gott Ich glaube, die können alle noch Können alle Sachen, die ich noch nicht kann Und das ist dieses Oha Schöner Schuss Ja, guter Schuss Da gebe ich ihm vollkommen recht Schön vom eigenen Mate Ich sehe nichts Wo bin ich? Da Oh, da galt sogar noch als Torschuss Uh, Plasma So Wollen wir doch mal gerade das Plasma angucken Garage Oh, das sieht aber nice aus Nehmen wir das mal Eine Weile Gucken, gibt es noch andere Plasma Sorten Eventuell So Wir haben den Haben wir nicht das letzte Ah doch, wahrscheinlich hier oben Ja, da ist er Der Bobby Aber ich würde sagen Machen wir mal Jetzt diesen Part ein bisschen umgestalten Oh, der sieht auch interessant aus Ist der neu? Hm Keine Ahnung Ich würde sagen Nehmen wir mal den X-Devil Für den Ab dem nächsten Part Oh, der kriegt einfach nur ein paar Oder? Ne, machen wir das So Farbe Primär Gehen wir mal so ein bisschen Hellere Farbe Aber Hm Ja komm, machen wir mal korridiert Sekundär Ja, kein Rot Das verwirrt mich sonst nachher wieder Ah, das gefällt mir eigentlich ganz gut Und das auch als korridiert Ne, nicht Seitenmarkt Der wird ein bisschen Altertümlich aussehen Sagen wir es mal so Hier würde ich sagen Machen wir mal so ein Rosé Ja komm So So So, Reifen Oh, ich habe alle Reifen schon freigeschaltet Oh, okay Da kommt Dollarzeichen So Plasma Du kriegst aber keinen Widget Auf Och Nehmen wir den Heiligenschein Edge of Space Ja komm, warum nicht So Das ist unser Fahrzeug Für die nächsten Aufnahmen Ich würde sagen Ich beende den Part dann hier auch an der Stelle Und Ich hoffe, dass er euch gefallen hat Und dass ihr auch beim nächsten Part Von Rocket League Wieder mit dabei seid Und bis dahin Macht's gut ihr Lieben Ciao, ciao So